Ein paar Jahre später. Ja, schickt ihn zurück. Zack, Alter. Patsch. Ah. Voll auf die Fressen, die Männer. Ja, blutest du schon? Was ist das hier, blutest du? Komm her. Du bist echt beschissenlos, Alter. Lass mich. Jetzt bin ich dran. Zwei, drei. Das war kein Kampf. Oder, Kleiner? Ich werde mich an, wenn du groß genug hierfür bist. Ich könnte auch mal Deutsch sprechen. Tschüss. Wie lange soll ich hier drin bleiben? Wo ist die Toilette? Direkt vor dir. Viel Spaß. Werde ich haben. Gracias. Eine schöne Zelle. Ein höllischer Ort. Spanisch. Die kann Spanisch. Die würde mir bestimmt dann helfen, um zu wissen, was die da sagen. Aber ich weiß nicht, ob sie mit ihrem Schulspanisch so weit ist. Blablabla. Ich bin gegen die Wand gelaufen. Idiot. Ich spreche ein bisschen Spanisch, weißt du. Moment. Was hast du gesagt? So geht das hier ab. Lass mich los. Macht Spaß. Ja, schön. Links rum. Ich wollte doch gerade links gehen. Hier hin. Okay. Oh, ab in den Keller. In das Basement. Nach rechts. Oh, da. Hier durch. Da wären wir. Okay. Okay. Nimmst du mir die jetzt ab? Ich will einen Anteil. Anteil? Was immer du da oben zu finden hoffst, ich will einen Anteil. Komm schon, Bargast, du solltest uns nur rein und raus bringen, mehr nicht? Nur. Ich riskiere meinen Kopf für euch Gringos. Ja, und Rafe bezahlt sich auch königlich dafür. Sie? Mit. Spieler. Den solltest du doch nicht erfahren. Ja. Ich sollte auch kein Bestechungsgeld nehmen. Niemanden hierher bringen und meine Häftlinge nicht quälen. Drauf geschissen. Okay, aber sei vorsichtig. Das ist 300 Jahre alt. Ich war Mitglied in Captain Henry Averys Mannschaft. Weißt du, wer das ist? Er war ein Pirat. Der Pirat, der den größten Raubzug der Geschichte machte. Und davon kam. Hab's nachgeschlagen. Ganz toll. Mehr als 400 Millionen Dollar in Gold und Juwel. Alles von einem einzigen Schiff. Ah, der Gunsway. Ja. Ja, ich kenne die Geschichte. Komm endlich zur Sache. Blablabla, ich sitze in der höchsten Zelle des spanischen Gefängnisses. Ah, hier. Mögest du eines Tages den Weg zu diesem Höllenort finden. Mein Kreuz tragen und sie entdecken. Die Reichtümer des Paradieses. Was? Was willst du? Die Reichtümer des Paradieses. Das ist eine Metapher. Nein, 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 nein. Du und deine Freunde habt nicht dafür bezahlt, um an diesem Höllenort nach einer Metapher zu suchen. Ich will einen Anteil. Okay. Hör zu. Lass mich da rauf und mich in der Zelle umsehen. Falls da nach 300 Jahren wirklich noch irgendwas ist, kannst du das mit Rave ausmachen. Na los. Lass mich frei. Das werde ich mir oft genug brechen in dem Spiel. Hey, hast du's mitgebracht? Ja, hab's da drüben versteckt unter dem Arbeitstisch. Äh, bei den Kissen. Okay, nochmal das Ganze. Und jetzt? Oh, mein Zahir. Bingo. Und weiter geht's. Ist hier irgendwas? Mein Schatz. Der erste Schatz in dem Spiel. Bestimmt gab's vorher nur schon... Keine Ahnung wie viel. Dass der Haken immer gleich abgeht. Also einen anderen Weg. Hm. Ne, verzogen wir's nochmal oben. Oben geht nicht. Ah, da geht's weiter. Du musst immer gucken, wo die Schlitze sind. Bei Uncharted. Seil am Pfosten. Bis jetzt läuft's gut. Bin gespannt, was Sander zu sein. Jetzt muss ich die höchste Zelle finden. Oh. Wenigstens hatte Burns bis zum Schluss ne schöne Aussicht. Das stimmt. Es ist schwer zu glauben, dass hier drinnen dutzende Piraten auf den Galgen warteten. Okay, wo lange? Das geht auch. Cool. Das stimmt. Langsam Drake. Auf geht's. Bairns Zelle. Zelle. We are sweet. Okay. Wo fang ich an? Dieses ganze Gekritzel muss eine Bedeutung haben. Sie sehen aus wie die Sternzeichen. Ach, sein Buch hat er auch gleich. Sonne und Mond. Alchemie-Symbole für Gold und Silber. Moment mal. Sowas habe ich auf dem Brief gesehen. Oh. Hm. Das ist ein Teil des Symbols. Ah, da ist die andere Hälfte. Also dann. Schon besser. Okay, ein Tierkreiszeichen. Das Zeichen für Schütze und Skorpion. Schütze. Wie sah ein normaler Skorpion aus? So ein Scheiß. Achso. M und ein Pfeil. Da. Und die römische Zahl zwei. Nein. Okay, wo ist das Schütze-Symbol? Schütze. Römische Zehn. Es ist zwölf. Da ist die Zehn. Römische Zehn. Nichts. Es stand noch mal im Brief. Das Skorpion-Zeichen. Und eine römische Zwei. Vielleicht zwölf. Wo ist hier die Zwölf? Und die römische Zahl zwei. Ah, nein. Habe ich was auf dem Brief übersehen? Schütze. Römische Zehn. Hm. Hm. Ja. Das ist halt noch. Das ist halt noch gut. Ich denke, es ist aus. Und das ist dann gar nicht so. Das ist vor allem Zwei. Ich denke, dass es ein ein bisschen mehr zu haben. Und das ist zu beher. Das ist wirklich so. Das ist so. Und das ist. Ich denke, das ist so. Das ist so. Mehr Steine gibt's hier nicht. Schütze. Schütze hat die Zehen. Diese Rätsel hier. Bevor ich euch weiter auf die Folter spanne, sehen wir uns in der nächsten Folge. Es freut mich, dass ihr wieder eingeschaltet habt zu Uncharted 4. Ich bin der Jay. Wir sehen uns beim nächsten Video. Bis dann. Tschüss.